Sollten Sie einem guten Freund alles verzeihen? Auf gar keinen Fall. Es gibt Dinge, die dürfen Sie niemals verzeihen unter keinen Umständen. Sonst tanzen Ihnen die sogenannten Freunde bald auf der Nase herum oder die verarbeiten Sie zu Hackfleisch. Nach diesem Video, da werden Sie unterscheiden können, wer ein echter Freund oder eine echte Freundin ist und wer sie einfach nur vor seinen Karren spannen möchte. Mein Name ist Martin Wehle. Ich bin Autor des aktuellen Spiegel Bestsellers. Wenn jeder Dich mag, nimmt keiner Dich ernst. Und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie durch jeden Tag Ihres Jahres begleitet und unterstützt. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Ich selbst, ich habe Erfahrungen mit falschen Freunden gemacht. Und gleich erzähle ich Ihnen, was passiert ist, als ich für ein paar Tage ein Star war. Mein damaliges Buch, das wurde gleichzeitig in Titelgeschichten der Bild-Zeitung und des Sterns gedruckt, so erreichte ich in kürzester Zeit eine zweistellige Millionenzahl von Lesern. Ich wurde von Talkshow zu Talkshow gereicht, von Lanz zum Eisberg und umgekehrt. Und plötzlich hatte ich mehr Freunde, als ich es je zu träumen gewagt hätte. Aber es waren nicht die richtigen Freunde. Ich komme beim letzten Punkt meiner Aufzählung auf meine Erlebnisse und auf diese falschen Freunde zurück. Stellen Sie sich zwei Situationen vor. Erstens, ein Freund gerät mit Ihnen in Streit und wirft Ihnen ein paar Dinge an den Kopf, die Sie so richtig kränken. Und zweitens, ein Freund, der redet hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie. Zum Beispiel verrät er ein Geheimnis, das Sie ihm anvertraut haben. Etwa, dass Sie verliebt sind und nicht auf Gegenliebe stoßen. Oder dass Sie gerade einen finanziellen Engpass haben. Beides ist nicht schön. Aber es gibt für mich einen gravierenden Unterschied zwischen beiden Handlungen. Die erste Reaktion, dass jemand in Wut übers Ziel hinausschießt, das ist eine menschliche Reaktion. Und das ist uns allen auch schon passiert, auch Ihnen und mir. Und wenn jemand einen anderen angreift, dann sagt er damit oft indirekt nur, ich fühle mich gerade unwohl mit mir selbst und weiß nicht wohin mit meinen negativen Gefühlen, deshalb werfe ich sie dir an den Kopf. Das ist nicht freundlich, aber das ist menschlich. Und wo soll man den Dampf ablassen können, wenn nicht auch mal bei einem Freund? Ich glaube, einen solchen Streit, den sollten Sie dem Freund unbedingt verzeihen. Denn verzeihen, das ist gesund. Der Groll auf einen anderen, der schadet nicht diesem, sondern der schadet uns selbst. Und Menschen, die nicht verzeihen können, die sind rechthaberisch und verbohrt. Aber der zweite Fall, der ist anders gelagert. Hier verhält sich jemand illoyal und hinterhältig. Hier haben Sie es nicht mit einem Impuls, sondern eher mit einer Intrige zu tun. Und das ist jetzt eine Charakterfrage. Wenn Sie einem solchen Menschen sein Lästern über Sie verzeihen, dann werdet er das höchstwahrscheinlich als Zeichen Ihrer Schwäche und er legt bei nächster Gelegenheit mit dem Lästern nach. Darum sage ich, wenn Sie jemand in wichtigen Dingen, ich betone, in wichtigen Dingen hintergeht, wenn er sich nicht loyal verhält, dann sollten Sie ihm das auf keinen Fall verzeihen. Sondern Sie sollten diesen Menschen aus Ihrem Leben werfen. Und jetzt bin ich beim zweiten Punkt, den Sie niemals verzeihen dürfen, ehe ich Ihnen am Ende den verrücktesten Erfolg meines Lebens nochmal erzähle und die daraus resultierenden falschen Freunde. Also, Ihr Freund lässt Sie in einer wichtigen Situation einfach hängen. Zum Beispiel sind Sie verlassen worden oder Sie haben Ihren Job verloren oder ein für Sie wichtiger Mensch ist gestorben oder Sie haben von Ihrem Arzt eine hammerharte Diagnose bekommen. In solchen Situationen, wenn uns heftig der Wind ins Gesicht bläst, dann brauchen wir Rückendeckung von guten Freunden. Wer sich jetzt vom Acker macht, wer sich jetzt auffallend wenig Zeit für Sie nimmt und mit Ihnen nichts mehr zu tun haben will, der war niemals Ihr Freund, der hat nur vorgespielt, ein Freund zu sein. Und vielleicht wird er in diese Rolle wieder zurückfinden, wenn schöneres Wetter in Ihrem Leben wieder einzieht. Aber ich rate Ihnen dringend, verzeihen Sie ihm, dass er Sie hängen hat lassen, auf gar keinen Fall, sondern verlassen Sie diese Freundschaft, die nie eine war, und so ersparen Sie sich weitere Enttäuschungen. Und da bin ich schon beim dritten Punkt, den Sie einem Freund niemals verzeihen dürfen. Vielleicht freuen Sie sich, wenn Ihr Freund oder Ihre Freundin mit Ihrem Schatz gut auskommt, aber gar nicht so selten kommt es vor, dass dieses gute Auskommen hinter Ihrem Rücken so weit vorangetrieben wird, bis es zu einer Schlafzimmerszene kommt. Vor einigen Jahren, da habe ich einen Geschäftsführer beraten, den seine Frau mit einem seiner besten Freunde betrogen hat. Er war schlau genug, sich von der Frau zu trennen, aber er war dumm genug, den Freund von jeder Schuld freizusprechen. Seine Frau habe diesen verführt, das könne ja jedem passieren. Bitte erklären Sie mir, wie man jemals wieder freundschaftliches Vertrauen fassen soll zu jemandem, der diese Freundschaft so jämmerlich, so jämmerlich missbraucht hat. Mein Tim, wenn Sie mit jemandem befreundet sind, der Ihren Herzmenschen anbaggert oder womöglich noch einen Schritt weiter gibt, dann gibt es nur eine Reaktion und zwar nicht, es demjenigen zu verzeihen, sondern diese Freundschaft aufzulösen. Und jetzt noch eine vierte Sache, die Sie nicht verzeihen sollen, ehe ich auf die vielen, vielen Freunde zu sprechen komme, die Schlange bei mir standen, als mich ein Bestseller in die Talkshows, die Partys der High Society und so weiter gebracht hat. Also, Ihr Freund sagt zu Ihnen, dass er etwas Wichtiges für Sie tut, zum Beispiel will er in Ihrer Abwesenheit nach Ihrer Wohnung oder nach Ihrem Haus schauen oder er verspricht Ihnen, Sie bei einer besonderen Reise zu begleiten oder er sagt Ihnen bei einem Umzug oder bei einer Prüfungsvorbereitung oder bei einer anderen wichtigen Angelegenheit seine Unterstützung zu. Aber nun stellen Sie nicht nur einmal, sondern wiederholt fest, Am Ende stehen Sie ganz alleine da, denn dauernd springt Ihr Freund in letzter Sekunde ab, immer mit der Begründung, ihm sei etwas dazwischen gekommen oder er habe es vergessen. Eine Freundschaft, das ist eine Art von Beziehung und Beziehung, das heißt so, weil sich zwei Menschen aufeinander beziehen. Wenn aber einer von den beiden nicht mitzieht, dann ist es keine Beziehung mehr, dann ist es nur noch eine Einbahnstraße zu Ihren Lasten. Dann laufen Sie dem anderen pausenlos hinterher, dann bitten und dann betteln Sie, dann machen Sie sich klein oder Sie ärgern sich, weil er Sie allein im Regen stehen lässt und das kann auf Dauer nicht funktionieren. Ich finde, Zuverlässigkeit, das ist das Fundament einer Freundschaft. Wenn Sie sich auf jemanden nicht verlassen können, dann sind Sie verlassen. Und in diesem Fall lautet mein Rat wieder, verzeihen Sie wiederholte Unzuverlässigkeit in wichtigen Dingen nicht, sondern suchen Sie sich Freunde, deren Wort wirklich gilt. Und die fünfte und die letzte Sache, die Sie nicht verzeihen sollten, die erzähle ich Ihnen mit einem persönlichen Beispiel. Denn als mein Buch vom Stern und von der Bild zugleich als Titelgeschichte abgedruckt wurde, als Maischberger meinem Buch eine ganze Sendung widmete, da passierte etwas für mich völlig Verblüffendes. Das mediale Strahlen meines Sterns, das drang offenbar zu Menschen vor, die ich bislang nicht als Freunde, sondern allenfalls als gute Bekannte wahrgenommen hatte. Auf einmal hörte ich von Dritten, dass sich Menschen als meine engen Freunde bezeichneten, die ich so gar nicht sah. Und zugleich werfen sich solche Menschen an meinen Hals, sie luden mich auf Partys ein und auf Reisen und auf Schiffe und sie gaben zu Protokoll, sie hätten schon immer an mich und an meinen Durchbruch geglaubt. Tja, schade nur, dass sie es mir nie direkt gesagt haben, diese Herrschaften. Und da bin ich beim fünften Punkt, der sich mit einer Freundschaft nicht verträgt, Opportunismus. Wer seine Beziehung zu Ihnen davon abhängig macht, ob Sie gerade erfolgreich sind und Geld in der Tasche haben oder eine einflussreiche Position bekleiden, der ist nicht mit Ihnen als Mensch befreundet, sondern er meint nur die Vorteile, die Sie ihm bringen könnten und den Glanz, der von Ihnen auf ihn abstrahlt. Ich habe diesen Menschen freundlich, aber bestimmt zu verstehen gegeben, dass ich eben keine Schönwetterfreunde in meinem Leben gebrauchen kann. Denn Opportunismus, das verträgt sich für mich mit einer Freundschaft überhaupt nicht. Ein guter Freund, der mag mich im Misserfolg wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als im Erfolg, weil er dann spürt, dass ich seine Zuneigung brauche. Gerade weil ich strauchle, brauche ich die starke Schulter eines Freundes oder einer Freundin, an die ich mich lehnen kann. An solche Freunde habe ich mich mein Leben lang gehalten. Und wie ist das bei Ihnen? Schicken Sie dieses Video unbedingt an Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, damit sie Ihre Freundschaft zu schätzen wissen und damit Sie sich vor falschen Freunden schützen. Und hier noch ein kostbares Geschenk. Sie bekommen mein Video-Seminar, das 3-Minuten-Geheimnis, jetzt gratis. Der Kurs, der zeigt Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten Aufwand am Tag Ihr Leben komplett verändern und endlich jene Träume und Ziele erreichen, nach denen Sie sich bislang vielleicht vergeblich strecken. Ich verdanke dieser Methode alles in meinem Leben. Probieren Sie es einfach aus. Der Kurs ist noch für kurze Zeit kostenlos. Klicken Sie jetzt hier oder in der Infobox. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Wehrle 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 2, 3, 2, 1